Weil du und ich, wir kennen sehr viele Leute. Und einige Leute von denen sind sehr stark verstrickt in nenne ich das mal jetzt so, wie es gängig ist in der Unterwelt. Die man kennt. In der Parallelwelt. In der Parallelwelt. Gutes Wort. Die man kennt, aber nur, wenn man sich selber dort befindet. Sonst nicht. Wir haben ja auch eine Vergangenheit beiseite damit. Aber du weißt, da ist nur die harte Faust. Sowas ist nicht. Und viele davon sind sehr stramme Leute. Kennst, wie gesagt, selber welche. Ich kenn selber welche. Wir kennst zusammen gemeinsam welche. Und das ist mir halt gerade eingefallen. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn du denen das, wenn sie sich das, sag ich mal, als Beispiel anhören würden. Was sehr unwahrscheinlich ist. Aber es kann auch eher, nein, was heißt unwahrscheinlich? Ich denke es. Es gibt sogar Leute, die das ist eine Geschichte, die muss ich auch noch raus, die kommt in meinen Roman rein. Es ist, es gibt jemanden aus Italien, der hört sich das, beziehungsweise der hat meinen Text damals gelesen. Sehr wahrscheinlich hört er das und lässt sich das übersetzen. Also die Person ist so mächtig und so. Ich war da zu Besuch und so, wie soll man sagen, so elitär, dass du knapp einen halben Kilometer in seine Einfahrt reinfährst. Ich verstehe. Und hat einen eigenen Übersetzer nur für meine Texte. Krass. Lustigerweise. Nicht mal das wusste ich. Also ich war da zu Besuch und es ist auf jeden Fall schöne Grüße. Sag mal nichts. Ich habe es auf jeden Fall sehr schöne Erinnerungen. Also das ist, es gibt schon ein paar Leute. Aber du weißt, wie ich das meine. Ich denke eher nicht, aber es kann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sein, dass sogar die tun es heimlich. Vielleicht so. Weil das ist ja das, was am Ende des Tages halt wichtig ist. Du wirst dieses innere Kind. Wir sagen das halt, wir sprechen das so aus. Die würden es nie aussprechen. Genau. Sowas wird in den Kreisen, in denen wir uns manchmal befinden mit verschiedenen Leuten, sowas wird da nicht ausgesprochen, Bruder. Du hältst deine Schnauze. Genauso wie du die Schnauze gehalten hast, als unsere Väter uns da totgeschlagen haben, auf gut Deutsch. Und Leute, eine Sache, die ich noch hier erwähnen möchte, wir reden so locker über diese Sachen. Und es kann sein, dass bei einigen von euch das Ganze wirklich sehr locker rüberkommt, wenn wir sagen, wir wurden geschlagen und so weiter und so fort. Wir heulen hier nicht rum und das soll hier nicht, dass wir Mitleid haben wollen oder sowas. Ich bin glücklich und zufrieden, dass es so entstanden ist, weil es mich zu dem gemacht hat, zu dem Mann, zu dem ich heute bin. So, ganz klarer Punkt. Und es ist nix, wie gesagt, einige von euch, das kommt bestimmt bei euch so rüber, so hey, okay, das waren dann vielleicht ein, zwei Backpfeifen. Leute, das waren keine ein, zwei Backpfeifen. Aber die Nachteile, die du früher hattest, sind heute die Vorteile. So sieht es aus. Gegenüber anderen. Nur um es hier nochmal klarzustellen. Weil du bist heute viel stabiler, viel resilienter, sagt man. Gegenüber äußerer Einflüsse. 100 Prozent. Wenn du heute Stresssituationen hast, die sind halt nichts im Vergleich zu dem, was du vorher erlebt hast. und deswegen kannst du auch viel besser damit umgehen. Andere Leute brechen unter einer Klausur zusammen. Das ist ja genau das, ja. Oder wir brechen nicht mal bei, wenn wir ein Haus tragen, oder mental. Oder Freunde von uns sind gefühlt von Freunde von Freunden in deren Armen verstorben. Ja. Ich habe, ich kenne einen anderen Freund, der ist jetzt einige Jahre her, ist 2017 gewesen. Ich war jetzt mit ihm nicht gut befreundet, aber mein Umfeld war sehr, sehr gut mit ihm befreundet. Der hat sich in der Parallelwelt aufgehalten. Und der wurde einfach niedergeschossen, komplett. Durchlöchert wurde der. Zwei Kinder hinterlassen, zwei Mädchen. Und seine Frau. Ja. So. Ähm. Solche Fälle. Aber wir sind traurig, ja. Ja. Aber es ist einfach dieses, wie sagt man so schön, Mund abwischen und weiter geht's. Weil wir, und das ist, man kann es positiv sehen, ne, so wie wir aufgewachsen sind, das was unsere, aber da kommen wir wieder auf die Eltern zurück. Die hatten doch auch nicht die Möglichkeit, da rund zu sitzen und rumzuheulen. Genau. Mein Vater hat mir mal gesagt, war ich noch jünger, der hat gesagt, äh, weil ich, wenn er mir eine Sache gesagt hat, nicht sofort reagiert habe. Erst am zweiten Anlauf. Mhm. Ähm. Und dann hat er gesagt, weißt du, dass ich als Kind, und er hat gesagt, so 13, 12 Jahre alt und auch noch jünger, meinte er, wenn mein Vater einen Blick zu mir rübergeworfen hat und ein Wort aus seinem Mund kam, mach das, ne. Wenn ich einmal nur oder, oh, gemacht habe. Er sagt, hast du eine Ahnung, was mit mir passiert ist? Ja. Er sagt, keine 1, 2 Backpfeifen, nur dieses, oh, oder dieses, dieses respektlose zur Seite gucken. Er sagt, wie in der Armee und noch strenger. Er sagt, sofort wurde gehandelt. Wie gesagt, ich bin keiner, der das jetzt verherrlicht. Ja, genau. Ich bin das nicht, also ich will das jetzt nicht gut reden, aber so lief es. Wo hatten die die Zeit, dass sie gefälligst auch sitzen und sagen, ach, ich bin so traurig wegen, weil, weiß ich nicht, meine Schuhe, meine Latschen sind nicht die Latschen, die ich haben wollte. die sind nicht von Nike oder von Gucci. Oder andere Sachen. Oder ich liebe ein Mädchen, aber ich kann, diese Sachen gab es nicht. nicht.